Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder fit. Ich warte mal kurz, bis noch ein paar dazuschalten. Und zwar habe ich euch letztens schon dieses Produkt hier aus meinen Händen vorgestellt. Ich habe das einmal mit euch ausgepackt. Mittlerweile auch probiert. Und zwar ist das Vitaly von der Firma Fairway. Wir haben aber hier die Fernanda drauf, weil die Fernanda hat das exklusiv für die Firma Fairway herstellen lassen. Weil auch die Fernanda seit Jahren Vitalstoffe nimmt, hat sie jetzt einfach ihr eigenes Produkt in Kooperation mit Fairway auf den Markt gebracht. Und ich kann euch mal kurz zeigen oder vorlesen, was hier alles drin steckt. Hallo, da sind schon die ersten dabei. Und zwar haben wir hier Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel, Vitaminen, Mineralien, Obst, Gemüse, Algen, Ballaststoffe, Omega, Fettsäuren und Kolostrum. Oh, Kolostrum ist auch ganz, ganz toll. Habe ich mal gehört, das ist für den Magen, soll das auch richtig gut sein. Ganz genau. Und wir haben hier ganz, ganz viele Zutaten drin. Das könnt ihr hier sehen. Die Liste ist wirklich hier lang. Und das Schöne ist, das ist halt ein Pulver. Ihr wisst, ich nehme schon länger Nahrungsergänzungsmittel, seit circa, one, about 3, 4 Jahren. Und ich finde das gigantisch. Ich war jetzt das letzte Wochenende sehr krank. Ihr habt Freitag das Video gesehen, da ging es noch einigermaßen. Und dann habe ich wirklich mal zwei Tage im Bett gelegen. Aber ich habe jeden Tag hier wirklich mal mir so einen Drink gemacht. Und zwar kann man da auch ruhig mal, hier steht drauf, ein Glas täglich, eine Portion, einen Messlöffel. Aber wenn man krank ist, geht es mir auf jeden Fall meistens so. Dann fehlen viele Nährstoffe. Dann hat man oft Lust auf süße Geschichten, auf fettige Sachen, weil der Körper einfach nach Nährstoffen fragt. Und ich lese mal gerade vor, was hier noch alles da drinnen ist. Wir haben hier Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Nikotinimid, das kenne ich nicht. Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12. Also ihr seht hier ganz viele Vitamin B-Komplexe drin. Ich zum Beispiel verzichte zum größten Teil auf Fleisch. Und da wir Vitamin B auf natürliche Weise sehr, sehr wenig einnehmen können und besonders, wenn man sehr fleischarm lebt, ist es in meinen Augen immer nicht verkehrt, wenn man Vitamin B nochmal extern dazu nimmt, weil es doch ein sehr, sehr wichtiges Vitamin ist, was sehr, sehr gut und wertvoll für den Körper ist. So, dann haben wir hier drin Kalium, Natrium, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin D3 ist hier dabei. Stellen hier gerade das tolle Produkt vor. Und Magnesium, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Selen, Jod, Chlorella, Omega-Fettsäuren, Kolostrum. Also hier ist wirklich an Vitaminen so einiges drinnen und das Schöne finde ich, ich zeige es euch jetzt gerade mal, dass wir das einfach hier zum Trinken haben. Gerade wo ich jetzt krank war, fand ich es total angenehm, nicht nur die Vitalstoffe als Kapseln zu nehmen, was ich auch regelmäßig mache. Aber wenn wir das halt trinken können, ist das natürlich viel einfacher. Auf nüchternen Magen super und es geht einfach mal, guten Abend Christian, es geht einfach mal viel, viel leichter runter, als wenn man sich da die Tabletten, die Vitalstofftabletten nimmt. Also es gibt halt so Situationen wie bei mir morgens schon mal oder bei Krankheit, dann habe ich gerne immer was zum Trinken, vitaminmäßig. Und das hat hier die Firma Fairway direkt erkannt und hat das wirklich zum Trinken gemacht. Ich muss sagen, ich habe direkt mal den Fehler gemacht und so einen ganzen Messlöffel genommen und ins Glas. Schmeckt nicht ganz so lecker. Ja, aber deshalb ist hier auch so eine Füllmenge, das seht ihr hier. Okay, könnt ihr nicht erkennen, aber das ist hier auf dem Löffel und die sollte man halt nicht überschreiten. Deshalb tue ich hier einfach mal so ein bisschen was rein. Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, den Löffel mitzubringen. Und ich rühre es mal um. Die müssen wir natürlich gleich mal spülen hier. Ihr seht ja, die kleinen Hüßelchen kommen schon wieder zurück. So, und ihr seht, man sieht auch die Algen hier drin. Hier schwimmen überall so ein bisschen grüne Stückchen rum. Ist aber gar kein Thema. Schmeckt toll. Ich probiere es nochmal. Trinken soll man ja sowieso immer generell sehr, sehr viel. Deshalb ist das hier ein ganz ausgezeichnetes. Da seht man schon mal, mein Lippenstift ist halt nicht kussecht. Ist das halt gigantisch zum Trinken. Schmeckt so ein bisschen Richtung Orange, würde ich mal behaupten. Und wenn man das einfach mal jeden Morgen trinkt, ist das natürlich gigantisch. Und ich habe halt gemerkt, immer wenn ich es getrunken habe, hat man direkt so ein bisschen mehr Energieschub gehabt. Wie gesagt, ich habe bestimmt drei, vier Gläser täglich getrunken, als ich jetzt krank war. Da sollte man natürlich aber auch auf die Packungsanweisungen hier hören. Es ist jedem selbst freigestellt, wie viel man denn davon dann trinkt. Ich habe so drei, vier Gläser am Tag schon gemacht. Weil wie gesagt, ich finde es wichtig, wenn man krank ist, dass man da genug Vitamine zu sich nimmt. Und das mache ich auch immer regelmäßig. Und deshalb hat die Fernanda da einfach ein ganz, ganz tolles Produkt hergestellt. Kostet, glaube ich, 45 Euro. Könnt ihr hier oben im Shop bestellen, wie immer. Ich finde es toll. Schmeckt super, weil Vitalstoffe oft nicht so lecker sind. Wenn ich da an so ein paar Kuren, die ich gemacht habe, denke, es war nicht so gut. Ich nehme gleich nochmal einen Schluck. Weil, wie gesagt, das kann nicht schaden. Ich finde das Produkt gigantisch von der Fernanda. Brenndaris seht ihr hier nochmal. Die ist da auf jeden Fall gerade aktuell der Vorreiter, was das angeht mit den Vitalstoffen zum Trinken. Ich packe das mal hier rein. Und ja, ich bin total begeistert. Probiert das mal aus. Ist es ein bisschen einfacher, einfach, wenn man das morgens zum Trinken hat und nicht in Tablettenform. Und finde ich ganz, ganz toll. Kann nicht schaden. Ich höre aus allen Ecken und Kanten, dass so viele gerade krank sind. Also, auch für Kinder geht das auch hier. Und ja, deshalb würde ich sagen, ganz, ganz schnell bestellen, damit ihr auch alle schnell wieder gesund werdet. Also, einer nach dem anderen, merke ich hier, wird krank. Aber das bleibt auch nicht aus um die Jahreszeit. Aber wenn man hier immer vorsorgt mit Vitalstoffen, immer kriegt man das nicht hin, dann entsteht es vielleicht auch gar nicht, weil man schon vorher versorgt ist. Das sind so meine eigenen Erfahrungen und ganz genau. Das wollte ich euch gerne vorgestellt haben, dieses wunderbare Produkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss ihr Lieben!